Ich war ja sagen wir mal ein Späteinsteiger, habe mit 28 erst die Ausbildung hier angefangen, was ich auch in Ordnung fand, dass die Firma mich überhaupt mit dem Alter auch gefördert hat und alles. Ich habe ja erst mal einen Lehrgang gemacht für den Stapleschein und ja dann wurde ich auch gleich auf die Maschine gesetzt und mach mal und das fand ich halt in Ordnung, dass da eben schon Vertrauen entgegen gebracht wird, dass man die Aufgaben so meistern kann. Ich bin begeistert von der Arbeit hier. Die Leute sind alle in Ordnung, was halt jetzt in einem anderen Gewerbe nicht so ist, wo man ein bisschen geklemmt sein muss oder irgendwas. Man kann halt auch mal seine Meinung sagen, was jetzt wirklich in einem anderen Gewerbe nicht so ist. Da heißt es dann gleich, das geht nicht wie sie hier vor mir auftreten oder was. Ich meine man muss ja nicht frech werden, aber man kann halt locker mit den Leuten reden und das Arbeitsklima ist dadurch gut. Das Schöne an der Arbeit ist ja, dass man halt sieht, was man geschafft hat, wenn man am Tag so eine saubere Arbeit abgeliefert hat und man sieht, was daraus alles entstehen kann. Das ist halt schon positiv, klar. Ich meine, mit öffentlichen Verkehrsmitteln komme ich her und da fahre ich jeden Tag durch die Stadt und dann sieht man halt auch, was da passiert. Zum Beispiel die EZB jetzt, die ist ja direkt um die Ecke und da sieht man schön, wie die wächst und gedeiht und wir tragen ja auch unseren Teil dazu bei und das macht uns schon Spaß. funzver槍 wird Tom